Die Scheiße da unten, nein, der hat trainiert, die heimlich trainieren sind, da würde ich auch heimlich, wenn die nur Scheiße spielen würde, würde ich nur heimlich trainieren. Kack, Dreck. So ein Dreier wäre schön, also Punkte mein. So, hör mal, läuft die Scheiße jetzt. So, also, Uwe Spellinghaus, Borussia Glückauf 07, aktuell Kreisliga-Bewerbungsvideo für den Schalke. Hast du Halle mit drauf hinten? Gut, dann kann losgehen. Also, ich mal mit ein paar Werten, die verloren gegangen sind, vielleicht kann sich Schalke mal so ein paar Bömpkes kaufen, dann wäre das Wert das Echte auf jeden Fall bei mir. Hör mal, Schalke, habt ihr überhaupt noch Werte? Guck mal, Borun ist auf Asche geboren. Durst ist schlimmer als Heimlich. Wenn man in so einer Kiste da kickt, da muss man doch mal ein bisschen was... Einstellung gibt es nie nur auf dem Smartphone. Hör mal, Schalke, egal ob jung, ob alt, die Einstellung fehlt halt. Hör mal, Schalke, euer Trainer, David Wagner, ist ihm eigentlich Jürgen Klopp ohne Eier in der Hose oder was? Hör mal, Schalke, egal ob groß, ob klein, es geht um Ficke. Hör mal, Schalke, gegen den Tönnies ist der Hoeneß ja mittlerweile seriös. Hör mal, Schalke, dem Nordkurve. Momentan mehr Kurve als Nord. Ohne den Fans hat er gar nichts. Kurve hier. 15 Spiele ohne Dreier. Wie mein Andi im W7, ey. Auch schon Ewigkeiten mehr gehabt. Wir haben in Gelsenkirchen eine Umfrage gemacht. Wir haben halt alle gefragt und die haben alle gesagt in Gelsenkirchen, Uwe, bitte wäre Trainer auf Schalke. Ne, also ich finde schon, dass der Uwe Spellinghaus das machen sollte bei Schalke 04 als Trainer. Der ist ablösefrei, ist, glaube ich, einfach der richtige Mann, bin ich auf jeden Fall dafür. Hör mal, Schalke, egal ob jung, oder... Hör mal, Schalke, egal ob jung, ob... Geil.